Wir werden in diesem Video realiert die Ranked Spielen. Ich lade das Video im Sand. Ich nehme das Video um 16.33 Uhr auf am 22. Juni Samstag. Und ich werde in der Zeit Gold erreichen. Um 17.00 Uhr. Nach World Time Online kommen. Verständlicherweise. Es ist Party Time! Haha! Superstar! Superstar! Drink up! Stolz! Let's Party! Ok Oh, boah, hab ich nicht freilich genommen. Weiter! Ich hab das zu wenig. Ich hasse Edgar, man. Das macht er! Scheiße! Ich hab das. Ich hab das vor, lass mich. Oh, das ist ein Wettbewerb! Oh, was macht er? Und? Jetzt müssen wir es. Jetzt packen wir es. Ja! Sehr gut. Zwei Matches, hoffentlich. Nein, wir wollten aber recht. Übrigens, vergiss das Video. Im Alltag solltet ihr diesen Brawler nicht Dynamite nennen, sondern Dynamite. Das niemals vergeht. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Wer hat den TNT? Let's sell this beef. Leave me alone. Was? Zur auf! Das ist so ein! du bist das spiel das spiel ist so dumm und meine mädchen so schlecht mal alle so wenig kapitel wie kann man so wenig unglück haben und für die meine mädchen und für die nicht so ich mache nichts und der fang zu dünamax ist schon fast gestorben Oh genau, ey. Guck mal, irgendwann hat er 100 HP. Wenigstens. Ja, gut, wenigstens. Diesmal hatte ich mir verkehrt. Oh, jetzt krieg ich mir den Zweiling. Ein Match. Noch 20 Minuten nach. Noch 20, noch 20. Schwierig. Come on, ich werde jetzt endlich Gold erreichen. Warte doch. Colt, wie kann man so egoistisch sein? So welche Brawler würde ich gerne nicht als Spades bekommen? Die sollen jetzt sterben. Ego ist. Ey, warte jetzt, wo das Video nicht war. Da warte ich auch nicht. Okay. Ja, wir haben Gold erreicht. Und da warte ich. Da warte ich nicht. Das ist ein Wart. Ja, wir haben Gold erreicht. Naist. 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 Ja, kann man machen. Ich werde noch ein Video machen, wo ich Maisie auf dem Zink kippe. Aber wir haben größtens jetzt Gold rangereicht. Das kommt nur nach Diamant mythisch. Das ist die Dijamant? Ja, ich werde das nicht tun. Ja, ich werde das nicht tun. Ich werde das nicht tun. Oh, der eine Kitz, der ist so ein... Ich hasse diese Kitz. Diese Kitz sind so menschmäßige Spieler. Drei gegen eins fällt, hab ich schlägt. Für die zwei gegen eins? Gut. Guuut. Oh, der ist so blockiert. Ich muss aufpassen. Einzeugmettenmix. Sehr gut. Da ist meine Kitz. Aint, diese Kitz. Aint, diese Kitzel bei der Kitzel. Ja, die Steifen. Ja, danke. Die Nummer 1! Nice, 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 nice. Oh, ich hasse es, es passiert zu oft, es passiert auch gut. Aber Brawl Stars wird immer unbeliebter, wenn Brawl Stars zu Ende ist, es wird immer sein Sommerloch. Mal wenig Leben die haben. Okay, die haben die Wurzeln. Ja, okay, klar. Wir machen so viele Cills, aber am Ende bekommen wir die Kräger natürlich. Okay, klar, die Kräger. 10, 15 Minuten. Dann... ...wird es 2 in der Zeit? Dann 12. Kopf geht wieder. Juss ist so ein starker Brawler. Einer der besten Brawler gerade für mich. Okay, gucken wir mal, wie es ablaufen wird. Wodurch habe ich gerade so viele Schaden? Oh, was ist das? Ja. Das war geil. Ich wünsche, er hätte immer sein Winstreak, aber irgendwann endet das Rücken und dann kommt die Verlierer-Streaks. Aber naja. Oh, Endenbrock, oh, bitte nicht, oh nein. Bitte nicht. Er hat nicht viele Brawler. Oh, er hat so wenige Brawler. Diese Runde sieht sehr schlecht aus, in meiner Meinung nach. Sehr, sehr schlecht. Die Runde sieht sehr gut aus. Wir müssen ein Team sein. Wir haben uns vergessen, die meisten müssen ein Team sein. Wir 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 müssen ein Team sein. Wer erweitert die Videos mit... Mit Audio, also mit meiner Stimme oder ohne meine Stimme. Wir müssen ein Team sein. Oh, wir müssen ein Team sein. Oh, das ist ein Team. Oh, das ist ein Team. Auf eine Win, dann haben wir... ... zwei. Ich muss ihn nicht mehr werden, aber... Wir müssen ein Team sein. Na, die werden auf mein Gadget. Oh nein, was für Basta. Na. Wir werden gleich die anderen sehen. Werden die anderen sehen. Werden die anderen sehen. Oh, man. Also, Ash ist vielleicht noch zu machen, aber... Bro und Spike in Duo... Äh, wenn... Ist wirklich... Ne. Schrecklich. 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 Oh, man. Der Spike macht zu viel Schaden. Der Spike ist so nervig, Mann. Der Spike ist so nervig. Der Spike ist so nervig. Ich hasse Spike. Der Spike ist der einzige Brother, den ich habe, aber trotzdem hasse. Ja! Die. Ich habe dieses Zestig. Da, D. 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 Was machen meine Mates? 12 Guns zu Beginn Ja! Das war eher ein Spiel 12 Guns zu Beginn Wir haben Gold 2 Ich würde sagen Leute Bevor es zu Bevor es wieder zu Wir haben jetzt das ganze Wir haben jetzt wahrscheinlich 6-7 Minuten gespielt Und haben nur gewonnen Ich will es dabei lassen Aus dem Grund 4 Aus dem Grund Werde ich jetzt auch Werde ich das Video jetzt mal beenden Es war geil Wir haben Gold 1 erreicht Und wir haben Gold 2 erreicht Und Jess ist der beste Brawler für mich gerade Danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns hoffentlich Bis zum nächsten Mal Tschüss Mit tej Nummer 4 eux w Vielen Dank.